Delip, delip, sofort, 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 einen wunderschönen, warte, eins muss ich noch ändern, eins muss ich noch eben ändern, wir brauchen ja das Bild, ne, wir wollen ja gucken, was wir tun, das brauchen wir, wobei, das so wie das nicht, würde ich eigentlich das nehmen, ne, ja, nee, das geht auch nicht, hab ich kein anderes, äh, das sieht genauso kacke aus, nehmen wir erstmal das, und dann wechseln wir gleich, dann wechseln wir gleich, dann machen wir so, 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 einen wunderschönen guten Abend, willkommen zum heutigen Minecraft Monday Stream, meine Lieben, wie geht es euch denn so, ich hoffe doch gut, 不是 nicht hier an montieren jetzt los, hallo? Ich hoffe, ich gehe mal schlafen, besser ist es, ich gehe mal schlafen. Nö, da gefällt mir alles nicht, nö, ich gehe schlafen, nö, 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 ich will schlafen, Ach, da ist die Küche. Die sind ein höher, ne? Nö, 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 nö. Hallo? Lass mich mal da, ne? Wo waren wir denn letzte Woche? Wo waren wir denn? Da läuft nur einer rum. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? Du kannst doch nicht einfach da unten rum. Das ist meine Baustelle. Du kannst doch da nicht rumlaufen. Bist du doof? Hallo? Eine Spinne. Sag mal, die sind bei dir verkehrt. Hä? Hey. Ah. Da sind Skelette. Ja, sehr schön. Haben wir denn hier richtig Action-Party oder was? Hey, ich brauche mal was zu essen hier. Das wird ja... Das wird ja jetzt witzig. Ich wollte... Auf der... Komm, wir können auch hier durchgehen. Ich würde gerne hier... Da, wo das schöne Bär steht... Hier würde ich gerne das Häuschen hinbauen. Und zwar hatte ich überlegt, wir bauen das aber diesmal wieder mit dem Keller drunter, ne? Wir bauen da einen Keller drunter. Aber wir machen erstmal hier el Skeletto. Den machen wir mal weg da. Der... Ne, 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 wird auch nicht geschossen. Hier bitte nicht. Ja. Ja. Sehe ich wohl auch so, ne? Ja, so ja schon nicht, ne? So schon mal gar nicht. Ja. 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 Jetzt ist nun die Frage, wie tief gehen wir mit dem Keller. Das ist jetzt, ne? Das ist nämlich die Frage aller Fragen. Wie tief wir gehen, wir sind... Wobei, das würde eigentlich gehen, ne? Wenn wir hier drei hier den Boden dann rein machen, das heißt, wir würden den einmal rausschlagen. Eine Ebene. Das würde funktionieren, wenn wir dann da... Ja, ich glaube, das machen wir auch. Das machen wir auch. Den packen wir hoch. Die können wir gleich in die Kiste packen. So. Wir haben, da ist die Säule. Dann könnten wir noch hier eigentlich... Müssen wir dann gleich mal gucken, wie weit wir gehen. Die Kohle nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ja. So, dann können wir nämlich hier direkt... Die, die da rein tun. Hört dann meckern auf... Meine Baustelle hier. Lass mich überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hast du da zwölf. Dann machen wir da die Tür. Dann machen wir eine Doppeltür. Zwölf sind, vürzehn sind, sechzehn, ne? Sechzehn von der Säule weg müssten wir. Sechzehn von der Säule hier. Quasi. Ja. Das ist ein Maß, ne? Sechzehn. Dann müsste ich ja dann zählen von da, ne? Die nehme ich jetzt nur als Anhaltspunkt. Noch fünf. Ernsthaft jetzt? Ah ja, was wird das denn viel Haus? Nee. Nee. Dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Also das denn? Das wird ein bisschen groß, ne? Kann sein. Wird ein bisschen sehr groß. Was denn? Nein. Was wird das denn für den Bunker? Nö, 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 nö. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Dann holen wir noch Bruchstein. Dann machen wir uns nämlich jetzt erstmal schön den Keller da fertig. Und dann gucken wir mal. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber so, ne, das wird, das wird zu groß wird, das. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Bruchstein. Wir brauchen Bruchstein. Wir brauchen Bruchstein. Gib mir mal eine Ladung. Bruchstein. Bruch, Bruchstein. Bruch, Bruchstein. Hier und da. Ich könnte die Maschine eigentlich auch mal umstellen auf den Bruchstein, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir die mal wieder auf Bruchstein umstellen würden. Granit. Diorit. Andersied. Basalt. Roten Granit. Gneiss. Marble. Ich will doch nur Bruchstein haben. Ich will doch nur Bruchstein haben. Bruchstein. Da haben wir Bruchstein. Jetzt nehmen wir den auch noch mit. Da kommen wir mal, ob wir da irgendwo noch einen Bruchstein finden. Ja, 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 ja. Jede Menge Bruchstein, jede Menge Bruchstein. Können wir den Reste wegwerfen. Zumindest in die Kiste packen. Da haben wir den nämlich auch schon. Da können wir den schön auf Seite packen. Und dann passt das. Dann bauen wir dann einen Keller rein. Mit dem Keller bauen wir dann einen Durchgang. Guck mal, das kann weg. Der kann weg. Das, das, das. Das, 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 das. Das, das. Und das. Und das. Und das. Der kann weg. Der Kupfererz kann auch weg. Wunderbar. Dann essen wir mal ein Stückchen Brot. So. Dann nehmen wir uns den Bruchstein runter. Wir müssen ja da noch Kellerwände und alles ziehen, ne? Müssen, wenn, dann machen wir das ja vernünftig. Das heißt, wir bauen, nehmen die Schaufel mit. Können wir hier einfach mal. Machen wir erst mal bis da, würde ich sagen, ne? Ja. Ja, ja, muss sowieso da rein. So. Dann nehmen wir hier, die nehmen wir auch noch raus. Müssen wir gucken, wie weit wir gehen. Das weiß ich noch nicht. Machen wir erst mal so. Teddybär, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Na. So. Kupfer lassen wir drin. Brauchen wir ja nicht. Na. Da sollst du doch gar nicht hin. So. So. Machen wir das erst mal so. Dann könnte man da eigentlich die Wand hochziehen, ne? Weil der steht ja weiter zurück. Könnte man da eigentlich auch mit Bruchstein dann. So. So. Machen wir die Reihe auch noch. Dann können wir oben erst mal die Front machen. Und dann können wir gucken, wie wir weitergehen. So. So. Das, 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 das. Das haben wir. Den nehmen wir raus. So. Lass uns gucken. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Da. Den. Wobei der noch nach hinten geht, ne? Das heißt, wir könnten ja hier dann eigentlich den lassen. Den würde ich weg machen. Zumindest der käme dann weg. Und dann würde da schon diese komische Plateau dann kommen. Den wollte ich nicht. Ich wollte da hin. Den muss ich brennen, ne? Da bringt mir nichts. Ich muss die brennen. Und wir haben keinen Ofen hier. Ja. Sehr schön. Das ist doch wieder fantastisch. Ist das. Warum haben wir denn keinen Ofen hier? Und warum habe ich denn alle Steine schon direkt weggepackt? Das macht doch gar keinen Sinn, was ich hier mache. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann packen wir einen da rein. Die packen wir da rein. Dann können die nämlich brennen. Was haben wir denn da noch? Möhrchen? Mama, du meinst die Möhrchen. Und braun brauchen wir ja auch noch, ne? Haben wir braun? Braun? Lasst euch mal gucken hier. Warum schreibe ich das jetzt groß? Braun. Braune Wolle. Brauner Beton. Der wird aber, der sieht dann kacke aus. Brauner Trockenbeton. Braune Keramik. Die würde auch noch gehen, ne? Wobei, ich glaube, die sieht auch, die würde fantastisch aussehen. Können wir mal gucken. Dann brauchen wir aber auch braunen Farbstoff. Den kriegen wir genau aus den Rohrkolben, ne? Und die hatten wir hinten hingebaut. Ich erinnere mich. Die waren ja da hinten. Okay, die sind am Feld, ne? Waren die. Jetzt ist die Frage, kriegen wir, wenn wir die abbauen, kriegen wir da Samen draus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn wir die abbauen, kriegen wir da keine Samen draus. Ich meine nicht. Samen los, Samen los. Wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja im Keller noch irgendwo ein bisschen braun. Wäre schön. Das wäre natürlich fantastisch, ne? Wenn wir das hätten. Da komme ich gar nicht mehr rein. Ich muss hier rein, ne? Da muss ich rein. Die wächst sehr schön. Das kann weg. Die kann man auch wegpacken. Stein. Stein ist voll. Dann braucht man für Stein noch einen Upgrade. Wenn Stein voll ist, dann braucht man für Stein einen Upgrade. Und lass mich raten, wir haben hier natürlich keinen, ne? Wir haben da... Brauche ich aber auch die Stickies, ne? Smaragde. Wie war das mit dem Upgrade? Genau, Stickies. Wir brauchen Stickies. Wir brauchen Stickies. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Keiner zu Hause? Keiner zu Hause? Das ist ja ärgerlich. So, wie war das jetzt? Ein Upgrade. Das reicht aber nicht, ne? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. So, jetzt habe ich vier. Die sollten ja reichen. So, da... Hatte ich gesagt, braun, ne? Brauchen wir noch. Lass uns gucken. Stein, 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 Stein. Da ist voll, genau. Dann packen wir da noch einen rein. Dann haben wir den schon mal. Jetzt müssen wir gucken. Braun. Brauner Keramik. Rot, gelb. Oh, das sieht auch schön aus. Magenta. Damit könnten wir auch viel machen, ne? Magenta ist ein schönes Muster. Oh, schönes Muster hat der. Sehr schönes Muster sogar. Was sagt man, Kekka? Sechs. Der ist leer. Oh, uns geht die Keramik aus. Uns geht die Keramik aus. So, drei. Weiß bräuchten wir auch, ne? Nehmen wir auch zwei mit. Dann müssten wir noch graue... Braune Farbe müssten wir noch mitnehmen. Braune Farbe. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir... Was nehmen wir denn noch mit? Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Könnten eigentlich auch ein paar Decks Holz mitnehmen. Oder uns gleich Holz noch holen. Die bräuchten wir ja dann auch noch. Ne? Die müssten wir dann auch noch haben. Und das machen wir dann gleich. Wir machen jetzt hier... Wir gucken jetzt erstmal, dass wir die Säule da und alles fertig kriegen. So, 32. Mit 32 komme ich aber gar nicht weit, ne? Und dann müsste ich... Davon müsste ich dann einen noch glasieren, damit ich die direkt drin habe. Damit ich weiß, wie die aussehen. Dann haben wir die nämlich auch schon. Oh, die sehen auch gar nicht so verkehrt aus. Die sehen auch nicht so verkehrt aus. Die sehen doch... Eigentlich ganz schnieker aus. Ne, ich muss noch ein höher. Hey, die muss noch ein höher. Ich muss noch ein höher. Jeden Tag. Wir hätten dann mal gebraune Keramik. Genau verkehrt rum, ne? Habe ich den Schlüssel bei? Nein, habe ich nicht. Dann müsst ihr mich daran erinnern, dass wir die ändern. Die müssen unten hin und die müssen oben hin. Die müssen also eigentlich einmal tauschen. Die müssen wir einmal tauschen. Was haben wir denn hier noch drin? Kaktus. Da ist der Schlüssel. Ach da, die Kohle, die hatte ich da drin gelassen für den Ofen, ne? Für die Öfen, genau. Die hat man für die Öfen drin gelassen. Das Schlüssel, da könnte man sich mal eben in die Wanne hauen. Dann hätten wir das auch schon. So, danke schön. Dann hätten wir das auch schon. Haben wir hier noch irgendwas... Da ist Glas. Sehr schön. Da könnte man auch... Das ist doch... Perfekte Glas haben wir auch. Das ist doch mal wieder fantastisch, wenn wir hier alles haben. Die Perle wächst auch noch. Sehr schön. Dann lasst uns doch mal gucken. Ah ja. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Wunderbar. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nein. Da ist auch nichts mehr drin, ne? Können da noch gucken, was wir da noch drin haben. Oh, nichts, ne? Auf jeden Fall nichts, woraus wir braune Farbe kriegen könnten. Braun. Braun. Braun hat Farbstoff. Pilz. Dachpilz geht auch noch. Ohrkolben. Das sind auch die einzigen beiden, ne? Also die einzigen drei, wo du braune Farbe her bekommst. Oder den Dye-Mixer. Aber ansonsten ist das die einzigste Möglichkeit, braun zu kriegen. Das heißt, wir müssen uns gleich mal auf den Weg machen. Guck mal, die Rohrkolben da hinten sagen. Und dann müssen wir da wirklich hin. Und müssten mal so eine Ladung. Aber warum habe ich denn jetzt die Upgrades mitgenommen? Und ein Deck Glas kann man auch wieder wegpacken. Das heißt, wir müssen uns gleich mal auf den Weg machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.